... oder Wasser irgendwo, laufen sie in die Tasche, nehmen einen alten Ball aus die Tasche, nehmen ihren neuen Ball weg, sie sagen, was machst du jetzt? Ja, wenn ich im Tasche, gib mir den neuen Ball, lauf die Tasche von meinen Schülerinnen und Schülern, nehmen noch zwei neue Bälle, haben drei neue Bälle, weil ich habe drei neue Bälle im Wasser. Was machst du jetzt? Bist du bescheuert? Ich sage, nein, ich nicht du. Drei neue Bälle. Ich habe einen alten Ball genommen. Ich sage, ja, das ist so blöd im Kopf, weil wenn du hervor dieselbe ansagst, ich möchte nicht in den Wasser in den Bunkel, dann geht sie ins Wasser. Und dann sei man vernünftig in den wachsenen Menschen. Wie groß ist die Länge öffnet? 20 Meter über das Wasser, 30 Meter, das schafft sie fast mit einem Paddel, wie ein Jesusbauer, tschak, 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 oder mit einem Wetsch darüber, das ist echt nicht so. Das ist nur Kopfsache. Nur Kopfsache. Und das endlich auf mehrere Themen im mentales Bereich, aber heute erkläre ich euch, was es im Kopf bei mir herum geht, wenn ich sage, in Musik, in takte Musik, der Ball geht links, rechts, links, hoch, flach. Nur hier. Und der Rest, ich denke nicht, ob mein Gewicht gut ist, ob ich weit genug bin, alles. Ja? Und das mache ich natürlich selbstverständlich mit Musik. Und das mache ich mit hoch, ja? Flach. Links, rechts. Rechts, links. Hoch. Flach. Links, rechts. Links, rechts. Draden. Hoch. Rechts, links. Rechts, links. Hoch. Links, rechts. Hoch. Flach. Rechts, links. Rechts, links. Links, rechts. Rechts, links. Hoch. Und flach. Und nur geradeaus.